Der Fuhrpark stellt häufig einen der größten Kostenblöcke im Unternehmen dar. Des Weiteren besteht oftmals Unklarheit über die damit verbundenen rechtlichen Fragen und deren Konsequenzen. Die daraus resultierenden Herausforderungen im Unternehmen zu meistern, verlangt viel Zeit, kontinuierliche Weiterbildung und ist kostenintensiv. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner im Bereich Fuhrparkmanagement, Beratung sowie Schadenmanagement und bieten Ihnen eine sorgenfreie und effiziente Rundumversorgung auf diesem sensiblen Gebiet. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how erleichtern wir Ihren Arbeitsalltag, wodurch Sie wichtige Ressourcen sparen. Bei einem Großteil der Flotten, die mehr als 20 Fahrzeuge umfassen, wird der Fuhrpark immer noch mit Excel verwaltet. Die IT-Infrastruktur hängt stark hinter den heute auf dem Markt verfügbaren Möglichkeiten zurück. Warum nicht also das Management der Flotte aussourcen und Kosteneinsparungen direkt dort vornehmen, wo Kosten, oftmals sogar unnötigerweise, entstehen? Unsere Experten übernehmen alles von A bis Z. Wir stehen Ihnen und Ihren Fahrzeugnutzern von der Auswahl bis hin zur Rückgabe der Fahrzeuge vollumfänglich zur Verfügung, sind somit der Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihren Fuhrpark. Gelebte Fahrer-Direktkommunikation ist unsere einzigartige Expertise und auftretende Probleme werden sofort gelöst. Ihre Fahrzeugnutzer können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, weil die Mobilität Ihres Mitarbeiters für uns höchste Priorität hat. Zeit ist Geld und Geld hat man nicht zu verschenken. Prozess-, Nutzungs- und Einkaufsoptimierungen führen unweigerlich zu Kosteneinsparungen, die Ihnen zugutekommen. Transparenz ist für uns ausgesprochen wichtig. Deshalb erhalten Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Kennzahlen und können sofort erkennen, ob, wo und wie viel Sie einsparen. Dabei arbeiten wir direkt an Ihrer Seite. Schon im ersten Meeting verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre individuelle Situation, sammeln alle notwendigen Informationen über die Fahrzeuge, deren Nutzung und die Verträge, beispielsweise über die bestehenden Versicherungen und sprechen mit Ihnen über Ihre persönlichen Wünsche und die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens. Anschließend initiieren wir einen für Sie passenden Prozess und optimieren diesen kontinuierlich. Erfahren Sie in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch, welche individuellen Einsparungspotenziale bei Ihnen bestehen und wie Sie von unserem Service profitieren können. Wir freuen uns auf Sie!